Das ist die Echt-Fair-Ausstellung des Petze-Instituts für Gewaltprävention. Die Ausstellung kommt bald an die Schule ihres Kindes. Dort können Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse mehr über unterschiedliche Formen von Gewalt erfahren. Die verschiedenen Erlebnisstationen ermöglichen ihren Kindern ein Lernen zum Anfassen. Sie lernen die Ursachen von Gewalt zu verstehen, was in Gewaltsituationen hilft und wie Gewalt verhindert werden kann. Die Kinder und Jugendlichen testen ihr Wissen zu Gesetzen, Rechten und Grenzen. Sie werden über ihre Rechte informiert und darüber, wie sie diese Rechte schützen und einfordern können. Was ist eigentlich erlaubt? Was ist verboten? Wo fängt Gewalt an? Was für einige ein Spaß ist, das ist für andere schon eine Grenzverletzung. Manchmal ist es schwer, zwischen Spaß und Gewalt zu unterscheiden. Die Echt-Fair-Ausstellung ermöglicht ihren Kindern, verschiedene Formen von Gewalt zu benennen und miteinander zu besprechen. Es gibt viele Ursachen von Gewalt. Um Gewalt verhindern zu können, ist es wichtig, die Ursachen zu kennen. Der Umgang mit Gefühlen ist dabei ein wichtiges Thema. Darum befassen sich die Kinder und Jugendlichen hier mit ihren eigenen Gefühlen. Sie überlegen, wie gute und schlechte Gefühle bei ihnen und bei anderen zu erkennen sind. Auch die verschiedenen Ideen darüber, wie Männer und Frauen sein sollen, können zu Gewalt führen. An dieser Station werden ihre Kinder ermutigt, darüber zu reden und über ihre persönlichen Stärken und Wünsche nachzudenken. Streit ist ein häufiger Grund für Gewalt. Aber gewaltfreies Streiten kann gelernt werden. Die Echt-Fair-Ausstellung gibt Tipps, wie ein gewaltfreier Streit gelingen kann. Kindern und Jugendlichen, die Gewalt erleben, fällt es oft schwer, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Die Ausstellung gibt Informationen über verschiedene Hilfemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die Gewalt beobachtet oder selbst erlebt haben. Damit Kinder und Jugendliche gewaltfrei leben können, braucht es die Erwachsenen in ihrem Umfeld. Sie sind verantwortlich, die Rechte der Kinder und Jugendlichen zu schützen und ihnen Hilfe anzubieten. Die Echt-Fair-Ausstellung kommt an die Schule ihres Kindes, um über das Thema Gewalt sprechen zu können. Besuchen Sie den Elternabend und die Echt-Fair-Ausstellung. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Inhalte, die es in der Ausstellung gesehen hat. Seien Sie ein Vorbild. Lösen Sie Streit nicht mit Gewalt. Wenn Sie selbst Hilfe beim Thema Gewalt brauchen, dann gibt es auch für Sie verschiedene Hilfestellen. Werden Sie Untertitelung des ZDF, 2020